Musik Im Jahr 1920 besucht der 17 Jahre alte Harry Burkett aus Wurumuru in Sydney seine Tante, die im Vorort Kogera lebt. Er hat sie mehrere Jahre lang nicht gesehen und er berichtet ihr von einigen merkwürdigen Dingen, die in seiner Familie in den letzten Jahren vorgefallen sind. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Harrys Mutter, Annie Burkett, hatte nach dem Tod von Harrys Vater erneut geheiratet. Ihren zweiten Mann, er heißt ebenfalls Harry, genauer gesagt Harry Leo Crawford, hatte sie im Jahr 1913 im Haushalt von Dr. Clark, für den sie beide gearbeitet haben, kennengelernt. Bereits kurz vor der Eheschließung mit dem 38-jährigen Harry Crawford, der erzählt, aus Schottland zu stammen, hatte Annie ihre Anstellung als Haushälterin aufgegeben und von ihren Ersparnissen in Balmain in Sydney eine Konditorei eröffnet. Harry Crawford hat bereits eine Tochter, Josephine, die bis kurz zuvor bei einer Bekannten von Harry aufgewachsen ist. Er erzählt Annie, dass Josephines Mutter verstorben sei. Die Frau, die Josephine in ihrer Obhut hatte, ist allerdings nun ebenfalls verstorben und Josephine zieht wieder bei Harry Crawford und seiner neuen Familie, also Annie und ihrem Sohn Harry, ein. Josephine ist 13 Jahre alt und Harry Burkett ist zu dieser Zeit neun. Während Annie die Konditorei führt, arbeitet ihr Mann, Harry Crawford, in verschiedenen Fabriken. Harry Burkett, ihr Sohn, berichtet seiner Tante, die die Schwester seiner Mutter ist nun, dass seine Mutter und ihr neuer Mann häufige Streitigkeiten gehabt hätten. Es sei nie wirklich Ruhe eingekehrt. Harry Crawfords Tochter Josephine zieht im Alter von 16 schließlich wieder aus und schlägt sich alleine durch. Dann, drei Jahre zuvor, im Jahr 1917, sei seine Mutter Annie dann plötzlich spurlos verschwunden. Sein Stiefvater Harry Crawford erklärt ihm, dass sie mit einem Klempner durchgebrannt sei, doch Harry Burkett kann es sich nicht wirklich vorstellen, dass seine Mutter einfach ohne ihn aufgebrochen sein sollte und ihn bei Harry Crawford zurückgelassen hat. Doch Annie kehrt nicht zurück. Harry Crawford, der nicht lesen kann, bittet seinen Stiefsohn in der folgenden Zeit mehrfach, ihm Artikel aus der Zeitung vorzulesen. Er ist besonders interessiert daran, ob es in der Gegend irgendwelche Morde gegeben hat, über die berichtet wird. Als Harry Burkett auf einen Artikel stößt, in dem es um die verbrannte Leiche einer Frau geht, die an einem Fluss in Shadswood gefunden wurde und nicht identifiziert werden kann, ist Harry Crawford besonders aufmerksam. In dem Artikel geht es im Speziellen um die Schuhe, die die Frau getragen hatte und die nicht so stark verbrannt sind wie ihre restliche Bekleidung. Die Polizei hofft, die Identität der Frau anhand der Schuhe klären zu können. Ob Harry Burkett, der Sohn, zu diesem Zeitpunkt schon eine Vermutung hatte, um wen es in dem Zeitungsartikel geht, ist nicht klar. Er hat allerdings noch einige unheimliche Erlebnisse mit seinem Stiefvater Harry Crawford. Als sie gemeinsam wandern gehen, beginnt Harry Crawford, Steine von einer Klippe zu werfen. Harry Burkett macht mit und sein Stiefvater versucht, ihn zu ermutigen, näher und näher an die Klippe zu gehen, was er allerdings ablehnt. Nur eine Woche danach sind sie wieder gemeinsam draußen unterwegs, als Harry Crawford seinen Stiefsohn auffordert, ein Loch zu graben. Burkett hat keine Ahnung wozu, doch er beginnt zu graben. Eine Weile später nimmt sein Stiefvater ihm allerdings die Schaufel weg, er wirft sie ins Gebüsch und sagt zu ihm, dass sie nach Hause gehen würden. Hatte er eigentlich etwas anderes vor? Harry Burkett sagt, sein Stiefvater sei an diesem Tag sehr merkwürdig gelaunt gewesen. Im Jahr 1919 lernt Harry Crawford eine neue Frau, Elizabeth King Allison kennen, die er noch im gleichen Jahr heiratet. Harry Burkett nimmt dies zum Anlass auszuziehen. Er geht nach Wollo Mollo in Sydney, wo er Arbeit findet. Einige Monate später besucht er seine Tante. Wie er ihr erklärt, hatte er insgeheim gehofft, seine Mutter dort bei ihr anzutreffen. Nachdem sie vom Verschwinden ihrer Schwester drei Jahre zuvor und von den ganzen anderen merkwürdigen Dingen hört, die Harry ihr erzählt, ist sie völlig schockiert. Sie möchte nun ebenfalls wissen, was geschehen sein könnte und begleitet ihren Neffen Harry zur Polizei. Die Polizei ist sehr interessiert und zeigt Harry Burkett die Kleidungsstücke und die Schuhe der Frau, deren Leichnam verbrannt am Fluss aufgefunden wurde. Sie konnte in der Zwischenzeit immer noch nicht identifiziert werden. Dies ändert sich nun, denn Harry kann bestätigen, dass alle diese Dinge hundertprozentig seiner Mutter Annie gehörten. Kurz darauf kann ihre Identität anhand einer Zahnprothese durch ihren früheren Zahnarzt eindeutig bestätigt werden. Annie ist also bereits seit drei Jahren tot und nicht mit einem anderen Mann durchgebrannt. Die Polizei macht sich am 5. Juli 1920 auf den Weg zu Harry Crawford, der mit seiner neuen Frau Elizabeth in Stanmore in Sydney lebt. Dort wird er an seinem Arbeitsplatz in seinem Hotel unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Auch seine Tochter Josephine wird ausfindig gemacht und wird eingehend befragt. Als Harry Crawford im Gefängnis eintrifft, weigert er sich, seine Kleidung abzulegen. Da er nicht umzustimmen ist und weitere Probleme macht, wird er schließlich einem Gefängnisarzt vorgeführt, der seinen Geisteszustand untersuchen soll. Wie der Arzt feststellt, ist Harry transgender. Er wurde im Jahr 1875 als Eugenia Faleni in Italien geboren. Somit entspricht seine Angabe gegenüber Annie, dass er aus Schottland stammen würde, nicht der Wahrheit. Seine Eltern sind im Jahr 1877, als er zwei Jahre alt war, mit ihm nach Neuseeland ausgewandert und haben dort 21 weitere Kinder bekommen, von denen 17 überlebten. Bereits als Jugendlicher läuft Harry mehrfach von zu Hause weg und sucht sich kleine Jobs, zum Beispiel in Ziegeleien, wo er sich als Junge vorstellt. Im Alter von 19 heiratet Harry zum ersten Mal, doch wie er ein Jahr später feststellt, ist sein Mann bereits verheiratet und er verlässt ihn sofort. Er findet danach einen Job als Schiffsjunge und nutzt vermutlich zu dieser Zeit zum ersten Mal den Namen Harry Crawford. Mit seiner eigenen Familie hat er kaum noch Kontakt. Sie lehnt es ab, dass er sich bereits seit Jahren immer wieder als Junge kleidet. Personen, die sich damals dem anderen Geschlecht zugehörig fühlten, wurde mit hoher Feindseligkeit und Unverständnis begegnet. Allerdings ist es per Gesetz nicht verboten. Harry denkt allerdings, dass er sich, indem er sich als Mann kleidet und ausgibt, strafbar macht und rechnet mit einer Festnahme, falls er erwischt wird. Dies hat ihm möglicherweise seine eigene Familie eingeredet, die nicht damit einverstanden waren, dass er als Junge leben wollte. Harry fährt fast zwei Jahre lang mit der gleichen Crew zur See, doch eines Nachts, als er angetrunken ist, erzählt er dem Kapitän des Schiffes, dass er als Mädchen aufgewachsen ist. Der Kapitän nutzt dies sofort aus und wenig später, als das Schiff in New South Wales anlegt, verlässt Harry das Schiff, schwanger mit seiner Tochter Josephine. Ihr Vater ist vermutlich der Kapitän des Schiffes, der, nachdem Harry ihm Details zu seiner Kindheit anvertraut hatte, gegen seinen Willen mit ihm intim war. Bereits kurz nach der Geburt gibt Harry seine Tochter in die Obhut einer Frau, die genau wie er aus Italien stammt. Doch er besucht Josephine gelegentlich. In Sydney hat Harry viele verschiedene Jobs. Er arbeitet in Fabriken, Schlachthäusern und schließlich als Fahrer für Dr. Clark, für den seine zukünftige Frau Annie Burkett als Haushälterin tätig ist. Harry Burkett, Annies Sohn, teilt der Polizei mit, dass seine Mutter Harry nur geheiratet hätte, da er so aufdringlich gewesen sei und sie nicht in Ruhe gelassen hätte. Harrys Tochter Josephine erzählt bei der Polizei, dass sie die Italienerin, bei der sie aufgewachsen ist, immer als Großmutter angesprochen hat. Offenbar wusste sie aber, dass sie nicht ihre richtige Großmutter ist. Sie bekommt erzählt, dass ihr Vater ein Seefahrer sei, doch sie weiß, dass Harry, der sie hin und wieder besucht, ihre Mutter ist. Sie bestätigt der Polizei, dass sie Harry eigentlich nur in Männerkleidung kennt. Nach dem Tod der Frau, die sie aufgezogen hat, nimmt Harry sie mit zu Annie und Harry Burkett. Er hat Annie bereits kurz zuvor geheiratet. Josephine bekommt von Harry gesagt, dass sie nichts darüber verlauten lassen soll, dass er eine Frau ist. Daraufhin antwortet seine Tochter Josephine ihm, dass Annie es früher oder später herausfinden wird. Doch Harry sagt, dass er gut aufpassen würde und dass es niemand bemerken würde. Josephine muss ihn nun mit Vater anstelle von Mutter ansprechen. Es gibt eine Menge Streitigkeiten zwischen Annie und Harry Crawford und auch zwischen Harry Crawford und seiner Tochter Josephine. Josephine verlässt die Familie schließlich, als sie etwa 17 ist. Im Jahr 1917 sucht Harry seine Tochter dann auf und sagt ihr, dass alles Kopf stehen würde, da Annie herausgefunden hätte, dass er eine Frau sei. Kurz darauf verschwindet Annie dann spurlos. Tatsächlich hatte Annie die Gerüchte um ihren Mann Harry von einem Nachbarn erfahren und Harry damit konfrontiert, der jedoch alles abgestritten hatte. Harry hat Angst, dass seine Frau ihn bei den Behörden melden und dass er festgenommen werden könnte. Wie er die Wahrheit überhaupt vier Jahre lang vor Annie verschleiern konnte, ist unklar, doch die Polizei findet in seinem Besitz ein gewisses Spielzeug, das seinen Angaben nach offenbar genügt hat. Annie hätte nicht bemerkt, dass es sich um ein Spielzeug handelt. Ob dies tatsächlich stimmt, bleibt natürlich offen. Kurz vor ihrem Verschwinden erzählt Annie einer Verwandten, dass sie etwas Unglaubliches über ihren Mann herausgefunden hätte. Am 1. Oktober 1917 bittet Annie Harry darum, sie zu einem Picknick an einem Fluss zu begleiten. Dort teilt sie ihm mit, dass sie sich von ihm trennen möchte. Wie Harry bei der Polizei einräumt, sei daraufhin ein Streit ausgebrochen, der in Handgreiflichkeiten ausgeartet ist. Dabei sei Annie rückwärts gestürzt und auf die felsige Uferbüschung des Flusses gefallen. Sie ist schwer verletzt und Harry, der behauptet, dass er unter Schock stand, sagt, dass er versucht hätte, sie zu retten, doch es sei bereits zu spät gewesen. Annie sei innerhalb von Minuten verstorben. Harry holt daraufhin einen Kanister mit Benzin, um die Leiche von Annie unkenntlich zu machen. Neben der Befürchtung, dass er sich für Annies Tod verantworten muss, hat er noch mehr Angst davor, als Transgender erkannt und dafür bestraft zu werden. Nachdem er mindestens zweimal versucht, Annies Sohn Harry Burkett, der zu viele Fragen zum Verbleib seiner Mutter hat, ebenfalls aus dem Weg zu räumen, was er aber schließlich nicht fertig bringt, lernt er im Jahr 1919 die wesentlich ältere Elizabeth King Allison kennen, die seine zweite Ehefrau wird. Harry bittet die Behörden darum, Elizabeth nicht zu erzählen, dass er Transgender ist. Doch da der Fall intensiv von der Presse behandelt wird, bleibt es ihr nicht lange verborgen. Der Gerichtsmediziner, der die Überreste von Annie untersucht hat, hat Zweifel an Harrys Geschichte. Er hat Hinweise darauf gefunden, dass Annie noch gelebt hat, als ihr Körper angezündet wurde. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass eine Kopfverletzung von Annie durch Anwendung von stumpfer Gewalt und nicht durch einen Sturz zustande gekommen sei. Ihre Leiche wird exhumiert, doch es kommt nichts weiteres heraus, als damals bei der ersten Untersuchung. Die Vermieterin, bei der Harry nach Annies Verschwinden gewohnt hatte, berichtet der Polizei, dass Harry ihr erzählt hätte, dass seine Frau ihn nach einem Streit verlassen hat. Er soll zu ihr gesagt haben, dass er ihr einen heftigen Schlag auf den Kopf verpasst hat und daraufhin sei sie sofort verschwunden. Harrys Prozess wird sensationell in den Medien dargestellt. Sein Fall gilt als Skandal und er wird als Mannfrau dargestellt. Bei seiner ersten Anhörung wird er in seiner Männerkleidung in den Saal geführt, doch beim späteren Gerichtsprozess trägt er plötzlich Damenkleidung. Wer dies entschieden hat, bleibt unklar. Vor Gericht bladiert Harry allerdings auf unschuldig und außer den Aussagen über sein Verhalten gegenüber Annie und seinen eigenen Angaben, die er zunächst zum Tatgeschehen gemacht hat, gibt es keine konkreten Beweise. Bevor Annies Identität drei Jahre nach ihrem Tod mithilfe ihres Sohnes festgestellt wurde, hatte die Polizei neben der Theorie, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, auch gemutmaßt, dass sie das Feuer, durch das sie verstorben ist, selbst verursacht haben könnte, was unter anderem durch die Aussage eines Mannes zustande kam, der behauptet hatte, dass er, kurz bevor im Jahr 1917 ihre verbrannten Überreste gefunden wurden, in der Nähe eine Frau gesehen hat, die mit einem Behälter, vermutlich eine Benzinkanister, im Gebüsch verschwunden ist. Er sagt, die Frau hätte einen verwirrten Eindruck gemacht. Könnte dies tatsächlich Annie gewesen sein, die alleine unterwegs war? Die Jury jedenfalls ist nach nur zwei Stunden von Harrys Schuld an Annies Tod überzeugt und verurteilt ihn zum Tod. Harry beharrt weiter darauf, unschuldig zu sein und sagt, dass er auf Basis von falschen Beweisen verurteilt worden sei. Schließlich kann er einen neuen Prozess erreichen. Nun werden tatsächlich begründete Zweifel am angenommenen Geschehen diskutiert. Hat der Annie wirklich gezielt geschlagen und dann, während sie noch lebte, angezündet? Oder stimmt seine erste Variante des Geschehens, dass Annie gestürzt sei und sich tödlich verletzt hat? Oder war er vielleicht tatsächlich gar nicht vor Ort und Annie ist wirklich ganz alleine gewesen, wie von dem Zeugen beschrieben, der eine Frau alleine mit einem Kanister ins Gebüsch gehen sehen hat? Es wird keine klare Antwort gefunden. Harry behauptet nun, er sei bei Annies Tod nicht vor Ort gewesen. Die Presse stürzt sich erneut auf ihn und bezeichnet ihn als betrügerisches Monster. Seine Strafe allerdings wird im zweiten Prozess aufgrund der aufgekommenen Zweifel in lebenslänglicher Haft umgewandelt. Nach elf Jahren Haft wird Harry im Jahr 1931 vom Justizminister begnadigt, allerdings mit der Bedingung, dass er nach seiner Freilassung als Frau lebt. Der mittlerweile 59-Jährige wird aus dem Gefängnis entlassen und führt anschließend unter dem Namen Mrs. Jean Ford ein Gästehaus in Sydney. Im Juni 1938, als er 66 Jahre alt ist, verkauft Harry sein Gästehaus. Ob er sich in den Ruhestand begeben wollte oder ob er irgendetwas anderes vorhatte, bleibt unklar. Auf dem Rückweg, nachdem er gerade seinen Erlös aus dem Verkauf abgeholt hat, endet Harrys tragische Geschichte. Er wird von einem Auto überfahren und verstirbt wenig später. Ob er nun tatsächlich für Annys Tod verantwortlich war, kann weiterhin nur spekuliert werden. Lasst mir gerne, was ihr dazu denkt, unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden. Und aktiviert die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf einen Extrakriminalfall im Monat habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Natürlich findet ihr auch auf meinem Kanal jede Menge alte und neue Kriminalfälle. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.